Der VfL Bochum hat mit einem absoluten Kraftakt am Ende doch noch die Klasse gehalten, doch kann man das nun wieder schaffen oder muss man eventuell den Gang in die zweite Liga annehmen, das schauen wir uns jetzt an und deswegen herzlich willkommen zur Bundesliga-Vorschau VfL Bochum. Zuallererst schauen wir uns natürlich die vergangene Saison an, die Bundesliga, die reguläre Saison endet auf Platz 16, hier hat man 33 Punkte und damit genauso viele Punkte wie der 15 platzierte Union Berlin, nur ein Punkt weniger als zum Beispiel Borussia Mönchengladbach auf 14, allerdings im Vergleich ist die Tordifferenz eben schlechter, mit minus 32 muss man in die Relegation und dort wartet Fortuna Düsseldorf und wie. Das Hinspiel in Bochum 3 zu 0 für die Fortuna und nicht wenige Zuschauer, sowohl von Fortuna als auch von Bochum sind sich sicher, okay, das wird auch im Rückspiel nicht mehr klappen, von wegen. Der VfL Bochum mit einem absoluten Kraftakt kann es am Ende doch noch schaffen, erst dreht man das 3 zu 0 und dann gewinnt man sogar noch und bleibt erstklassig ein absoluter Kraftakt, der natürlich komplett neue Kräfte freisetzen kann. Auf der Trainerposition hat es einen Wechsel gegeben, nachdem Heiko Butcher ja die letzten Spiele übernommen hat, ist es nun Peter Zeidler, der das Amt übernimmt. Der war ja 6 Jahre lang bei St. Gallen, hat dort insgesamt 242 Spiele gemacht, bei einem Punkteschnitt von 1,48, war er ja auch bei verschiedenen anderen, war auch mal als Co-Trainer bei Ralf Rangnick, hat da natürlich auch gelernt, 62 Jahre alt und hat einen Vertrag. Nun, bis 2026 muss man sagen, eine ganz klare Formation wirst du bei dem nicht finden, denn der spielt in verschiedenen Arten, mal 4-4-2 mit Raute, mal 4-3-3, mal auf einmal 4-3-1-2, mal 4-2-3-1, der variiert da sehr, sehr häufig. Am meisten entweder 4-4-2 mit Raute oder eben genau das genannte 4-3-1-2, da können wir uns aber durchaus auf Varianz gefasst machen. Wir schauen uns als allererstes die Abgänge an und meine Herren, da ist mal so richtig viel passiert. Der VfL Bochum hat einmal ordentlich mit dem Besen ausgekehrt, wobei man sagen muss, nicht jeder Spieler musste davon jetzt unbedingt gehen, manche wollten auch einfach. Unter anderem Förster, Antwi Ajay sind jetzt beide vereinslos, aber dann kommt natürlich ein Osterhage, der nach Freiburg gegangen ist. Wir haben einen Stöger, der wechselt zu Borussia Mönchengladbach, wir haben einen Asano, der wechselt zu RCD Mallorca, geil auch irgendwie einen Suarez, der wechselt nach Nürnberg. Wir haben aber auch noch andere Gerüchte, dazu auch noch natürlich zum Beispiel einen Kevin Schlotterbeck, der ja ausgeliehen war von Freiburg, der dementsprechend wieder zurückkehrt nach Freiburg. Und da muss man eben auch sagen, es gibt, wie bereits angekündigt, eben noch diverse Gerüchte. Hier Bernardo, besonders Union Berlin hört man immer wieder auch, Magen Gladbach, aber wahrscheinlich wird es dort eher Union Berlin. Ossay Tutu, gut, der war ja letzte Saison schon ausgeliehen, der wird höchstwahrscheinlich ebenfalls den Verein verlassen. Hier gelten ja insbesondere die Bolton Ronderers als potenzieller Abnahmekandidat. Ich bin sehr gespannt, denn dort sind jetzt einige Spieler, die auch in den letzten Jahren durchaus wichtig waren, eben nicht mehr da und haben den Verein verlassen. Doch auch auf der Zugangsseite ist natürlich dementsprechend einiges passiert und einige spannende Namen wurden verpflichtet. Sissoko von Rassing Straßburg umsonst, also ablösefrei, bin ich sehr gespannt drauf. Da wurde eben nur Handgeld dann fällig. Wir haben in DeWitt von Alkmaar, bin ich auch sehr gespannt drauf, halte ich sehr viel im offensiven Mittelfeld von. Dann musstest du dich natürlich um die Torwartposition kümmern, denn wir wissen, Manuel Riemann, der wird nicht mehr spielen. Und das finde ich, hat man richtig clever gemacht. Man hat auf der einen Seite einen Timo Horn geholt, hat gleichzeitig aber auch einen Patrick Drewes von Karlsruhe geholt. Das sind beides erfahrene Leute, sind ja auch beide passenderweise 31 Jahre alt. Und ich finde, damit ist man da hinten richtig gut aufgestellt, denn wir wissen ja, ein Lute hat die Karriere beendet. Darüber hinaus gibt es noch den einen oder anderen Spielern. Ordez ist jetzt fest verpflichtet worden von Moskau. Der ist dann jetzt auch offiziell ganz sicher auch mal ein Bochumer. Des Weiteren unter anderem Bamba von der zweiten, vom BVB. Bochum hat hier spannende Spieler geholt. Wir müssen halt schauen natürlich, wie passen die zu Zeidler, wie passen die zum VfL Bochum und wie können die dann am Ende auch ihre Leistung, die sie ja durchaus teilweise auch in anderen Mannschaften schon gezeigt haben, für den VfL Bochum eben einsetzen. Ich blende euch wie immer hier natürlich erstmal den Kader ein. Und man muss sagen, der VfL Bochum mit insgesamt dann 49,98 Millionen momentan, also rund 50 Millionen Euro Marktwert laut Transfermarkt.de auf dem viertletzten Platz. Und das sieht man teilweise auch, wobei ich sagen muss, ich finde, hier sind durchaus spannende Spieler bei. Du hast auf den meisten Positionen immer noch den einen oder anderen richtig interessanten Spieler. Ich würde mir eventuell noch einen Außenspieler wünschen, also für offensive Außenspieler, einen Links- oder einen Rechtsaußen, muss man schauen. Aber ich finde, da könnte noch ein bisschen was passieren, weil da ist man noch relativ dünn besetzt. Klar, du hast auf der rechten Seite jetzt zum Beispiel eben dir einen Bamba geholt. Der Junge ist aber auch 20 Jahre alt. Ja, der hat Talent, ja, der wird spannend. Das ist aber perspektivisch. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da noch was passiert. Ich würde es mir fast wünschen, denn Offensive wird super wichtig sein. Der VfL Bochum braucht Tore. Das hat man in der letzten Saison schon gezeigt. Da hatte man ja durchaus das ein oder andere Tor schon geschossen. Allerdings halt da auch ehrlicherweise viel zu viele kassiert. Ich blende euch jetzt hier meine erste Aufstellung ein. Man muss dazu sagen, wie gesagt, die Formation, die wird sich verändern. Da kann mal das und das kommen. Da wird es dann eben Punkte geben, wo wir sagen müssen, hey, das wird im nächsten Spiel höchstwahrscheinlich wieder anders sein. Es gibt Spieler, die sind für mich absolut gesetzt. Also in Ordiz zum Beispiel in der Innenverteidigung. Die Frage ist jetzt hier auch, was ist mit einem Bernardo auf der Linksverteidigerposition? Kann man den noch wirklich fair, guten Gewissens einsetzen? Momentan jetzt zum Stand des Videos. Ist er noch Spieler vom VfL Bochum? Könnte sich natürlich sehr bald ändern. Ich denke, dass ein Sisoko im defensiven Mittelfeld sehr schnell eine sehr große Rolle spielen wird. Der wird sehr wichtig da hinten sein, um eine defensive Stabilität zu bringen. Da bin ich auch total gespannt drauf, weil ich sehr viel von dem halte. Bei Rassingen-Straßburg hat der mir mitunter richtig gut gefallen. Mit 26 Jahren ist der auch noch in einem Bombenalter. Kann sich noch richtig gut entwickeln. Dann muss man allerdings sagen, wenn es dann in die zweite Reihe geht, die zweiten Elf nenne ich es einfach mal, da wird dann die Qualität natürlich schon etwas geringer. Das Auswechselpotenzial bzw. Einwechselpotenzial wird dann etwas schwieriger. Aber die erste Elf durchaus spannend. Kommen wir zum Fazit zum VfL Bochum. Das wird natürlich mal wieder eine richtig schwierige Saison. Und man wird wieder lange unten mitspielen. Das ist ganz klar. Die große Hoffnung dürfte wahrscheinlich sein St. Pauli und Holstein Kiel. Denn das sind beides die Aufsteiger, die durchaus auch wieder Ambitionen haben abzusteigen. Ehrlicherweise. Da kommen wir aber drauf. Das muss ein Riesenfaktor sein. Der VfL Bochum muss dann natürlich wieder über die Heimstärke Anne Kastropper kommen. Dass sie dort wieder das Stadion zum Häckselkessel machen. Und dass sie die Mannschaften im Zweifelsfall wieder auf ihr Niveau runterziehen. Denn die schaffen es wie keine andere Mannschaft alleine, was die Pässe angeht. Die Passgenauigkeit, die Qualität da drin. Die Mannschaften super gerne runterzuziehen. Dass sie im Schnitt immer schlechter sind als sie sonst sind. Und genau das wird wieder wichtig sein. Der VfL Bochum muss lange zittern. Ich glaube, man kann es schaffen, nicht abzusteigen. Ich glaube, man kann es auch schaffen, nicht wieder in die Relegation zu müssen. Ich würde Stand jetzt sowas tippen wie 13, 14, 15. Das ist diese Spanne. Mit Pech kannst du allerdings hier ehrlicherweise auch durchaus auf Platz 16 rutschen. Das ist leider, das ergibt sich aus der Mannschaft, dass das durchaus möglich ist. Ich bin sehr gespannt. Ich muss nämlich sagen, ich würde es mir wünschen, dass sie es nicht tun. Und ich wünsche mir den VfL Bochum in der 1. Liga. Und das sage ich persönlich jetzt als Schalke-Fan. Deine Meinung in die Kommentare. Wo siehst du den VfL Bochum und was würdest du sagen? Was könnte noch gerne mal dazukommen und wo ist man schon richtig gut besetzt? Schreib es unten rein und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Mannschaft. Und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Mannschaft. Und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Mannschaft. Und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Mannschaft. Vielen Dank.